Giovannis Trading Chancen am Mittwoch, 19. Juni. Der DAX gestern mit einer fulminanten Rallye. Natürlich ein DAX Ausblick heute für euch. Etwas zu den Devisen, dort zwei Trading Möglichkeiten bzw. Trading Chancen und die ein oder andere Aktie auf der Watch. Schaut euch das vollständige Video an, in dem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.